ah sie sind wieder da ich glaube ich bleibe bei meiner waffe ist gut ist ganz lustig eigentlich schön 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 so auch ein katana ja ich habe alles sind wir bereit ja okay die jungs haben kein medikett mitgenommen warum haben die kein medikett mitgenommen weil wir als jungs sind kann man da rüber springen wir müssen glaube ich da kann man nicht rüber springen ja da auf der seite toll dass du wieder mit mir okay papa dann coach ist dein papa eine da nein noch nicht doch jetzt toll du bist aufgenommen weil du eine frau bist ja nur weil sie was zum kanister ich sehe ihn da auch nicht das schon wieder mit den kanistern ganz nach oben und die sind verteilt auf der stadt ja super ja und wo müssen wir denn ich habe keine ahnung hier ich weiß nicht wo du bist ich bin hier in diesem geburtstag hier müssen wir den hin bringen ich sehe da wo es rot leuchtet ich sehe es ich sehe ich komme 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 da drüben ist noch einer drinne den nehme ich dann auch direkt ich habe ihn ich komme runter wird 16 stück ist das deren ernst ja es wird nicht besser und da ist wieder ein schock geflogen lasst mich ging gerade nicht anders hier ist irgendeine treppe da oben soll irgendwo was sagen ja wir müssen auf der anderen seite rauf hier direkt hier hoch rechts rechts links rechts da ach moa dann spring hier runter spring hier runter hast den jemand den der dich da gerade angegriffen hat du musst immer im ungünstigsten moment reloaden ist hier noch was hier kommen wir nicht rein wir kommen hier rein hier kommen hier rein wir müssen wieder wir müssen wir müssen ja wieder in diese hier in diese werkstatt rein ja und dann glaube ich hier durch hier da oben sind aber auch kein ist da da oben ist kein ist da ich renne nein ich habe einen ich sterbe gerade ich muss mir eine munition holen wo ist coach oben glaube ich noch so wo sind wir wo seid ihr oben wieder lieber coach okay er hat er hat coach gerettet ja hast mich halt geheilt dass das internet von dir ich versuche euch zu folgen doch 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 da ist einer wir sind zwei kanister ja 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 ich freue oh mein gott ja jetzt sind wir ernsthaft und splitter feuer und säure hast du ein kanister? ich nehme auch einen scheiße ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht wie ich zurückkomme irgendetwas rennt hinter mir her ich bin gerade schon wieder an dem dingens ich hatte gar keine andere chance ich musste gerade so was von rennen hast du schon medipack entdeckt hier sind nur waffen nein ich habe muss mich gerade auch noch mal heilen ich habe noch kein medipack boah noch zehn dann sind die denn bescheuert nach hier nach oben nach oben oder da drüben ist noch irgendwo einer hier hier sind noch welche in der nähe glaube ich höh in der nähe der war gut hier ist noch einer ich weiß nicht wo du ich gehe hier einfach mal auf die treppe hoch sich zu trennen ist zwar irgendwie nie eine gute idee ich weiß auch gar nicht warum wir gerade so spielen vorhin war alles so toll und jetzt ist das einfach nur hinter uns haben hast du einen bekleider zumindest bei dir? ich glaube nicht oder? mein bekleider stirbt gerade nein die beiden jungs sind bei mir das ist ja so typisch raus aus der säure ich versuche dich irgendwie zu finden hier sind zwei kalister ich habe einen oh gott und eine ganze horde zombies mitgebracht kommt jungs kommt jungs hilf mir ich bin grad den nächsten den achten kanister schon dahin oh gott ich habe halt keine munition mehr so du machst das schon früher oder später müssen wir uns sowieso wieder begegnen nein die Zunge die Zunge ist da hilf mir ich kann dir gerade leider nicht helfen nein die jungs haben mir geholfen oh gott sei denn die könnten mich ruhig mal heilen die jungs ich werde geheilt oh jetzt darf man hilf mir es war klar dass du mir jetzt entgegenkommst du pissau ey oh gott du stirbst ich planetiere dich mit dem messer stirb nein 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 aber ich binOTH ich bin gleich tot wieso kann mich noch nicht mal jemand heilen wo bist du denn was mach ist mir ich habe hier einen von den jungs hier ist ein bus 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 Bus, 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 Moment! Die Straße hoch! Ich hab dich! Ja! Ich werde gleich sterben! Ich bring den Kanister! Okay, ich bring den Kanister doch nicht! So, ich bring den Kanister jetzt! Ich hab auch schon drei aufgefüllt! Hier hinten ist auch noch einer! Folgt man mir? Ja! Ich folge dir! Wenn ich als Mann zähle! Jetzt! Oh! Ich renne schon hin! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich weiß nicht, wo du bist! Genau neben dir war ich! Oh Gott! Nein! 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 Ich sterbe! Ich komme! Wir kommen! Oh! Zunheini! Lass deine Zunge bei dir! Ich hab den Kanister! Bring ihn weg! Rette dich! Niki muss gerettet werden! Ja, hier! Ja! Medikit! Hier ist Medikit! Los, nimm du! Nimm du! Aber hier ist jetzt alle... Oh Gott, Coach, stirbt jetzt auch noch! Wir müssen die beiden Jungs finden! Wo sinds du denn? Die waren noch da, wo wir... Oh Gott. Ja, komm. Das heißt, wir müssen hier runter. Ja. Irgendwo hier waren die beiden. Oh, nee, wir können die nicht wieder überleben. Kacke. Was? Wieso? Weil die schon richtig tot sind. Deswegen sind die ausgekreuzt. Huh! Nein! Nein, 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 nein! Nein, wo bist du? Wo hat er dich hingeschmissen? Hier! Ich häng am Feuerhydranten. Verflucht. Ich bin nicht auch da ohne. Na toll. Das war's. Der Feuerhydrant hat mich getötet. Okay, was lernen wir daraus? Wir müssen zusammenhalten. Ich bin also an der leckere Schokotorte. Okay, ich verstehe. Das Gespräch gerade eben. In dem wurde mein Charakter als leckere Schokotorte. Ah. Okay. Ja, 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 quatsch, geh mal. Komm her. Papa, komm her. Ähm, okay, wenn wir unten sind, ich würde sagen, wir machen erst die alle auf der rechten Seite fertig. Okay, gut. Okay, gut. Okay, dann los. Alle rechts. Ja. Du holst den von oben, ich nehm den von unten. Oh nein. Okay, ich hab ihn. Wo bist du? Ich komme, ich komme, ich komme. Okay, jetzt wieder rechts. Hier unten zum Beispiel sind zwei. Folgst du mir? Ja. Ja. Gucken wir mal, dass wir die beiden gleichzeitig kriegen. Da kommt ne Armee. Glaube ich. Lass. 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 Ja, genau, hier oben. Hier lang, genau. Hier, ich nehme ihn. Bestütz mich. So, ich habe sechs Stück. So. Jetzt erst mal wieder ein bisschen schießen. Wer schießt da auf mich? Okay, dann jetzt hier geradeaus. Folgst du mir? Ja. Hier drinnen. Hier drinnen sind zwei Stück. Schaffen wir die beiden? Ja. Ich habe ihn. Und los, raus. Ja. Ich renne. Geil, was passiert? Da ist ein Schocke. Nein, er will nicht. Er will nicht. Nein, was passiert? Was passiert? Lass mich jetzt durch. Verflucht. Wo ist er? Nein, wo habe ich ihn hingeschmissen? Da. So. Nein, das sind doch nicht falsch. Ja, das hatte ich vorhin auch. Okay, jetzt gehen wir nach links hier. Nein! Wir müssen aber erst mal... Wo bist du? Ja, warte. Wir müssen, glaube ich, hier erst mal ein bisschen schießen. Okay. Bereit? Links. Da! Vorsicht! Schacke! Wo bist du? Da. Okay. Gut, 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 gut. Links, 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 links. Links, links, links. Ja, okay, dann, Entschuldigung. Hier lang. Nein, ich bin runtergefallen, scheiße. Renn weiter, lauf! Hol ihn! Hör mal! Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob ich auf dich schieße. Es brennt! Wo bist du? Unten! Unten! Ich bin hier... Ich bin die eine Treppe hier nur runtergerannt. Da, wo der Kanister war. Nic stirbt. Nic ist gehalten. Ich bin hier gerade gezüngelt. Ihh! Ach, da bist du, ja. So, nimm den Kanister da. Ihh! Oder du oder ich. Keine Ahnung. Ach, da ist der Kanister da dran. Gut, ich gehe, ich gehe. Gut, ich versuche den auf der anderen Seite zu nehmen und dann los. Mhm. Wuhuuu! Okay! Ich freue mich, ich freue mich. Achso! Hier, runterspringen. Runterspringen, runterspringen! Ja. Ich weiß nicht, woher noch... Runterspringen! Vofen in die falsche Richtung! Ich bin heute in die falsche Richtung abgebogen. Okay. danke coach nehmen wir mal hör auf dieses chaos hilfe warum hilft mir denn niemand toll weil mir niemand geholfen hat ihr verräter ich bin dann tot also am boden was muss ich denn drücken ich habe kein e hier geradeaus hier 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 komm mit komm mit komm mit ich habe so nehmen wir damit vom tisch hier nehmen die medie pack vom tisch ich habe mir die passt so dass man gut ich bin nur am boden ich versuche mich auch mal ich muss mich auch ein jetzt hat er mir mein medie pad geklaut das glaube ich ja wohl nicht du altes sagt du jetzt werde ich sauer die meute kommt ich bin am boden ich habe keine munizio du kannst du da sammeln hier 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 sammeln die hier bier okay wir müssen erst die meute abwarten ja ich bin wieder am boden nicht immer mich okay und dann einfach mir nach genau da liegen noch da oben liegen noch welche wie kommen wir da hier folgst du mir ja ich bin dann hier wie kriegen wir sie beide okay erst mal ein bisschen schießen würde ich sagen hasse warte ja nein ich will die säure springen renn wir sind hier hinterher rennen das sieht so kalt aus nein lass mich durch da ist was noch der denn da ey noch vier noch vier ja die sind da hinten ganz hinten ja ich bin gleich tot tauchen denn hier keine medie pads mehr auf ey das gibt's doch nicht hoch oder ich bin das gerade rum gezickt sind hier echt keine medie pads mehr Mädel was ist das denn für ein kack ey das übel das da müssen wir da wohne oder übel durch tsch okay das war's mit mir wo bist du ja da wo wir gerade drin waren ich versuche dich geradezu ach da ich bin an dir vorbei gelaufen kann ich halt nur das schmerzmittel nehmen aber es wird nicht reichen auf dauer nicht so mit der zunge eine den rest musst du erledigen dann wenn ich jetzt gleich sterbe versuche mein bestes ich würde auch sagen wir laufen jetzt einfach weiter zu den nächsten keine gute idee ich habe schon einen blick ok der ist nicht da er ist nicht da hier ist er hier nein ich hänge an der zunge und die zunge will mich töten zunge tötet mich wenn niemand da ist er mir hilft ich versuche irgendwie die kanister dahin zu kriegen das ist keiner bei mir ich finde das total scheiße dass man die ich weiß ich versuche mein bestes das schaffst du guckst du jetzt nur noch zu oder was irgendeiner rennt hinter mir her los jungs gibt alles oh gott oh mein gott 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 das schaffst du das schaffst du noch drei gleich noch zwei das machst du ich mal wüsste wo meine jungs sind da ist nick und coach ist in der richtung wo mich hin schießt du dich mal ja da liegt da auf dem boden den solltest du aufnehmen damit er dir helfen kann ich gehe nur zwei tank oh nick das sieht nicht gut aus hilf coach wo ist er denn du bist gerade einfach in der land ich hab den ich hab den nicht gesehen mein gott mein blick ist total auf geradeaus denken nur irgendwie so gerade alles nur geradeaus und für dich oh gott ich muss da hoch das sind nur zwei aber ich weiß gar nicht was die alle fünf probieren muss ich sagen ich könnte beide tragen ja das ist einfacher gesagt ich weiß ich habe ja gerade runtergeworfen ich versuche es ich habe nicht mehr viel leben ich kann nur noch humpeln oh gott und es geht nur noch um zwei planister ich gebe mein bestes aber es wird nicht reichen ich glaube an dich ich weiß nicht mehr mach mir nicht so eine panik hier ich komme nicht raus nein 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 oh mein gott oh gott das ruckelt gerade ein bisschen lauf ich gebe alles ah irgendwas rennt hinter mir her das schaust du das schaust du fuck ja wo muss ich denn jetzt hin wieder hoch ich glaube mein aufzug wieder hoch da drücken aufzug neben dir den kann ich nicht drücken wohin da nicht die jetzt sterben wollen wir nicht da hinten da ist was blaues ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe es oh mein gott ich versuche es ich humpel du machst das ich gebe alles ich habe mich geopfert ich gebe alles fuck ey du hast überlebt fackelträger oh mein gott ich kann nicht mehr im denken ich habe mich für dich geopfert oh mein gott oh ich kann nicht mehr meine hand tut so weh oh mein gott das war so gut aber ey nochmal noch einen kriege ich nicht hin ey das ist meine hand ey boah schön ich beende dann jetzt erstmal die aufnahme ja 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 Wow.